Ein herzliches Willkommen zurück zu Hellblade 2. So, wir waren eine Runde im Meerschwimmen. Ein bisschen was über den Wesen erfahren. Auch schon so eine kleine Tragödie. Ja, ich finde das schon heraus. Keine Sorge. Oh, hallo. Keine Angst, keine Sonne, nichts, keine Licht. Aber die Torchen sind noch da. Ich laufe einfach mal. Entfackeln. Entgegen. Weiß ich halt nicht, entweder da lang oder da lang. Wir schauen mal kurz hier. Ah, hab ich dich. So, wieder ein Bäumchen. So, der vorletzte. Die Sorge sprechen von Kriegen, die sich in die Böse transformieren in die Böse, wenn sie in Rage sind. Der Haut wird so schwer, dass kein Böse oder Böse erbaut. Wenn King Hrolfer verletzt, viele Menschen sahen einen großen Böse, der gegen ihn. die mehr Männer mit ihren Pfeil als alle fünf Soldaten. Berserker. So was in der Art. Kann ich nicht rein, oder? Also weiter den Fackeln folgen. Da muss ich nur aufpassen. Ja, genau. Ah, wusste ich's doch. Merdu. So, da haben wir die letzten. So, das ist wirklich unsere Prison, Senua. Spannender Gedanke, was sie sagen. Ah, ja, endlich. So, madame. Nähr mich mal auf. So, was er? Sie muss uns sagen. Sie wird. Warum? Ich muss ihn wissen. Was ist das? Die Wahrheit. Es ist wie wir unsere Menschen retten. Ich muss ihn verstehen. Bitte. Sie müssen wissen. Sie müssen wissen. Sie müssen wissen. Was ist passiert? Wir können nicht die Gianten. Wir können nicht die Gianten, wenn wir nicht wissen können. Sie wird uns sagen. Sie信 uns. Sie ist bereit. Nein, sie ist bereit. Dann. Die Frage ist es. Sie wird es tun. Wenn es alles in der Hölle ging, die Leute kamen zu uns. Für Hilfe. ...we were just barely scraping by, but... She doesn't like to remove them. ...we opened our doors to them. She's trying to help. Even as the food was dwindling, the Björk grew more demanding. It's hard for her to say. Little by little, this settlement... ...became my tribe. ...just like yours. Remember her. You had a home once. And then a man came. And we took him in. We made him one of us. That man? We trusted him. What was his name? And he betrayed me. He betrayed my father. It's him. There is more to this than she is saying. So I cast him out. I haven't seen him since. His name was Saiker. I saw it. The truth. There it is. There it is. Now we know the truth. Now you know. You can use it. You can trust her. Tell her. I'm sorry. Saiker. He is your giant. The truth. What will she do? Will she believe us? I saw it. She has to. How? You have to trust me. It was the same with Ingrid. I saw her. I learned her name. Something is coming. Come on. We have never attacked the settlement because of you. You knew me here. You brought them here. Now fight. Keeps up. Oh shit. Kein problem. You have to help them. This is his choice. Stop this. The Kester was fighting for them. Ah, er ist auch dabei. Oh. Stopp auf, wo du hintrittst. Ja. Next step. Oh. Was ist das für einer? Oh shit. Wieso konnte ich nicht ausweichen? Reicht jetzt? Komm, hör auf. Interessant. Hä? Ist das... Nee, ich dachte schon, der ist tot oder sowas. So, jetzt. Hey. Hey. Sag mal. Oh sorry. es ist gut es ist gut oh es ist gut oh 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 mir leid die mag ich nicht das ist irgendwie zu schnell immer den mag ich glaube ich auch nicht der ist groß ach nee das ist der was macht der und zwar nix reicht gut was ist denn noch so die mag ich auch nicht auch die spezialattacke aber es läuft ganz gut die kämpfe jetzt wieso kriege ich dieses scheissschirm nicht mehr vor so jetzt aber misch dich da nicht ein so jetzt aber jetzt doch ich habe dich ich habe dich schau raus wir können das was ist denn was ist denn oh shit ist mächtig ein Glück kann ich das nochmal anwenden das hat zu lange gedauert mein freund ist das geil das ist das ist das das ist das das ist das ist das ist das ist das ist das ein glück muss ich nicht komplett den ganzen kampf machen oh shit ja ist ja gut shit es war einfacher wo ich diese nein 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 das wäre ich aus wieso wieso rennt ihr mir denn hier immer in die oh oh jetzt machen gehen wir auf Nummer sicher das riskiert nicht jetzt kommt jetzt kommt Feuermähen ich habe es geschafft auszuweichen sehr gut so geht es oh wow nicht lange rum shit was geht mit dem komm den schaffst du so ja sei gut schon wieder wäre ein Glück habe ich Dings angesammelt oh oh shit shit alter was für ein harter kampf mehr noch keiner mehr okay ja bleib entspannt das die 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 municipale an die 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 Ich brauche dich hier, coward. Ich werde sie wegnehmen. Ich werde sie wegnehmen. Ich werde sie schützen. Es ist zu blöd. Du kannst es nicht schützen. Dein Vater war immer richtig. Du schraubst deine Schmerzen. Geh mit ihnen. Geh mit ihnen. Alle allein. Unloved. Unwanted. Ich bin nicht clean. Senua! Du bist verletzt? Du wirst keine Hilfe. Du zeigst sie nicht. Zeigst sie nicht. Zeigst sie nicht. Sie sieht uns. Sie sieht was du denkst. Sie braucht dich stärker. Kannst du? Nein. Kannst du nicht? Nein. Wir brauchen ein Plan. Sie ist kein Plan. Warum glaubst sie in dich? Du bist nichts. Du wirst nicht wissen, was du machst. No, Senua. Death. After death. Think, think, think. Death. After death. Are du sicher? Du wirst noch nicht mehr. Du kannst sie nicht helfen. Du bist mehr als dein Vater. Du bist nichts. Take her hand. Trust her. We can do this together. That depends on the plan. Go. Go with her. She is too kind to you. She's brought them here. The hungry ones. She made them fight. The ones who died. But there's only one way to return. Go forward. Go on. Steal yourself for what's to come. I know his name. I can draw him into the sun. The sun never shines before salvation walks. He brings the clouds with him. There's a way to part the clouds. We must perform a ritual to honor the sun. And draw a soul from wherever she's fled. And beg her help. Fagrima. Yeah? Find the site for the ritual. We will go to the cave and wake the giant with fire. Then lure him there. He may look slow. But he moves fast. Our people will slow him down. Then I will speak his name and hold him fast. And bring him into the light. Yeah. And the plan. 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 Okay cool. That's really cool. Wieso kommt mir das irgendwie bekannt vor? Gab es schon mal ein Spiel? Das genauso war? In der Höhle. Und die haben einen Hinterhalt vorbereitet? Oh shit. Listen. He knows my name. He saw me. As I saw him. Peace. Mir kommt das so bekannt vor. Woohoo. He is coming. I was right away. Allerdings muss ich sagen. Machen wir erst beim nächsten Mal wieder weiter. Danke schön fürs Zuschauen. Bis denne. Tschüüüüüss.